Herzlich willkommen in Casa Belvedere Boutique Villa im traditionellen kretischen Dorf Kurnas. Wir sind nur ein paar Minuten vom einzigen Süßwassersee der Insel, dem Kurnassee, entfernt und auch nur vier Kilometer bis zum längsten Sandstrand der Insel. Wir haben hier dieses 800 Jahre alte historische Gebäude mit viel Liebe zum Detail und mit Respekt zur Geschichte renoviert. Das Ergebnis sehen Sie hier, ist ein was wir hoffen, gelungenes, ein gelungener Mix aus den Überresten der Vergangenheit und modernen Einrichtungen. Wir waren bemüht, den venezianischen und den ottomanischen Charakter des Gebäudes zu erhalten. Wie Sie sehen, ist das Gebäude sehr hoch. Wir haben hier bis zu fünf Meter hohe Wände. Es gibt einen luftigen Eindruck. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier gemütlich in Ihrer Lounge-Ecke und schauen raus auf Ihren eigenen Pool. Es gibt auch eine Barbecue-Ecke, eine Terrasse. Das Highlight hier sind vor allem die komplett erhaltenen, restaurierten Kuppelbögen. Hier haben wir auch noch einmal im Außenbereich und die Kuppelschlafzimmer. Sehen Sie auch den schönen Eingang. Hier sind wir in einem der vier Schlafzimmer. Queen-Size-Bett, hochwertige Matratzen, en suite-Badezimmer, eine Rainforest-Shower, ein offener Kleiderschrank. Und hier geht es wieder zurück in den Wohnbereich mit offener Küche. Können Sie hier schön Ihr Frühstück machen, mit Ihrem Leben hier am Träsen sitzen. Ich denke, hier ist alles da, um es sich gemütlich zu machen. Weiter geht's ins zweite Schlafzimmer. Wie gesagt, wieder ein alter Kuppelraum, komplett erhalten, Queen-Size-Bett, en suite-Badezimmer. Und ein kleines Extra haben wir noch, wenn wir kurz nach oben gehen, gibt es hier eine gemütliche Ecke. Kann man es sich schön machen hier oben oder für die Kinder finden es auch sicher toll, sich zurückzuziehen. Schreibtisch für Homeoffice. Hier wieder ein offener Kleiderschrank und gegenüber gleich das Hauptbadezimmer. Hydromassage-Badewanne. Hier dahinter haben wir gut versteckt die Waschmaschine und den Trockner. Und die Wendeltreppe, die Sie hier sehen, die führt in einen Extra-Bereich. In der Galerie hier über uns ist nochmal Schlafplatz für zwei Personen. Und wenn wir ganz nach oben dann einmal weitergehen, finden Sie ein kleines Penthouse-Studio. Modern gestaltet für weitere zwei Personen mit eigener kleiner Küche, Badezimmer und einer riesigen Dachterrasse mit einem wundervollen Blick auf die nahegelegenen Berge und die Olifenhäine. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, können Sie mich jederzeit für mehr Informationen kontaktieren. Die Kontaktdaten sehen Sie in der Beschreibung unter dem Video. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.